Wenn wir wirklich absorbiert sind in etwas, was wir lieben, wo wir uns hingeben können, das hat eine unglaubliche Wirkung. Und diese Wirkung ist, dass es sein Herz öffnet. Und du weißt ja, dass das Herz die Mitte des Energiesystems ist. Wenn sich das öffnet, dann werden ja auch die ganzen höheren Ebenen öffnen sich. Die, die hier sind und diese Energie der Hingabe haben, die werden sehr offen. Und am Ende kann man sagen, haben die den größten Nutzen. Weil wenn sich dein Herz wirklich öffnet, ist das wie ein Durchgang, ein Tor zu deinem Wesen. Also die Stille, die ist dann sehr nah. Vielleicht gelingt es dir nicht die ganze Zeit, präsent zu sein. Aber wenn es dir schon gelingt, manchmal präsent zu sein, dann kannst du in dieser Präsenz den Wert der Stille erleben. Und diese Augenbillige, die sind so wie eine Oase in der Wüste. Die ziehen dich immer mehr in diese Stille hinein. Also für Westler ist das nicht so einfach, weil wir normalerweise ziemlich geschäftigen Verstand haben. Und wir haben auch Vorstellungen darüber, etwas zu tun. Und Stille ist natürlich auch da, wenn man nichts zu tun hat. Wenn man keinen Impuls hat, irgendetwas zu tun. Aber diese Dinge, die geschehen einfach ganz natürlich. Und wenn wir stiller werden und unser Selbstgewahrsein steigt. Wenn wir diesen Film erkennen, in dem wir jeden Tag leben. Dann werden wir immer präsenter und immer offener. Ein Teil davon, in Stille zu kommen, ist, dass die Energie sich bewegt. Und man könnte auch sagen, eine Menge Energie bewegt sich, weil die Energie ist wirklich frei. Diese Energie, die ist sehr kreativ. Kreativität, das ist etwas sehr Subtiles, scheint mir. Aber es geht nicht wirklich darum, um die Produktion, um das, was herauskommt. Ich habe in meinem Leben Phasen gehabt, wo ich gemalt habe. Und ich war immer sauer, weil ich nicht wie Picasso malen konnte. Nach einiger Zeit habe ich erkannt, dass das wirklich dumm ist. Also man kann einfach aus überhaupt keinem Grund malen. Man besorgt sich Pinsel, Farben, Papier und dann malt man einfach. Also wenn man sich diese Bilder anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass sie etwas sehr Stilles in dir berühren. Unsere Galerie, die nennt sich Flo Fine Art, Kunst aus innerer Stille. Und wir versuchen, Künstler zu finden, die nicht von ihrem Verstand her malen, sondern von einem stilleren Ort in ihnen drin heraus malen. Und das ist dann Kunst, die auch etwas in uns berührt. Und wir haben hier auch unser eigenes Malstudio. Dass die Gemeinschaft hergestellt hat, dieses Malstudio. Und wenn ihr in diesen Raum betretet, dann könnt ihr vielleicht auch die Liebe spüren, die da reingegangen ist, dieses Studio herzustellen. Also wenn ich auf die Jahre zurückblicke, das ist schon unglaublich, was wir hier an diesem Ort kreiert haben. Und dann könnt ihr auch, das ist schon ganz wichtig, was wir in diesem Ort kreiert haben. Und wenn ihr euch in diesem Ort kreiert habt, dann wir auch ein paar Kreiert haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020